Moin Leute, Tribes hier. Es geht weiter mit Played Up. Lange hatten wir eine Pause. Jetzt gehen wir wieder rein ins Game. Wir versuchen wieder ein Weltrekord aufzustellen. Diesmal mit Pute. Pute sehr einfach. Allerdings die Schwierigkeit hier, also es ist sehr leicht zuzubereiten, bleiben da am Ende immer Knochen übrig. Das müssen wir vollautomatisiert wegbekommen. Wir brauchen ja bestimmt vier Zerhacksler, die gleichzeitig parallel laufen. Oder fünf, keine Ahnung. Das wird auf jeden Fall sehr geil. Endlich wieder Played Up, Alter. Müll. Am Anfang braucht... Wir sind jetzt ohne Extraspülmaschine. Wir sind ohne alles, ne? Ohne alles diesmal. Ja. Das Problem ist, alle Runs, die wir je angefangen haben, haben wir nicht beendet, weil wir es immer nicht beenden lassen wollten. Ja, weil es immer zu krass war. Ja, weil es immer zu schön war. Wir wollten die aber wegwerfen. Aber wir haben jetzt heute leider erstens ohne Spülmaschine und ohne Start. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin jeden Tag. Ich auch, ja. Und wir haben keinen Autosave. Das heißt, wenn es weg ist, ist es weg. Korrekt. Ja, und das andere Problem ist, Pute sehr einfach zuzubereiten, aber es braucht super lange. Und am Ende bleiben die Knochen übrig, was schrecklich ist. Ja. Boah, ich habe das Game schon gar nicht mehr gespielt so lange. Ja, ja. Wir haben echt lange nicht mehr gespielt, Mann. Was dann übel nach hinten losgeht jetzt? So, Knochenreste weg. Der nächste Pute müsste fertig sein. Ne. Ja, Pute ist ja so umsonst für dich. Ja, aber die Knochen wird uns brechen. Ja, drückt doch das Telefon durch, Bro. Achso, ja. Das ist ein guter Call eigentlich. Das ist ja ein Müll schon voll. Ja, aber ich glaube, das sind schon sogar die letzten zwei. Bute ist echt sehr entspannt am Anfang. Ja. Nach zwei Dingern ist der Müll voll. Ich sage, der Müll wird uns brechen. Call ich. Ich glaube, wenn wir da ein, zwei automatische Dinge haben, ist es eigentlich, glaube ich nicht, dass wir... Doch, doch. Kochstelle, mhm. Bryce Sainis. Was ist das? Ein Tisch. Ein Tisch. Ja, alles scheiße. Nächste Runde, oder? Wir können eine Kochstelle... Wir können, also wir können, wir können Spiele saven. Machen wir das. Nächste Runde der Reroll. Direkt rein. Was ist das Spiel in dem Game? Achso, es kommen Kunden rein. Die wollen dann schnell was zu essen haben. Wenn sie das nicht kriegen, hast du verloren. Gibst du dem was falsch ist, hast du verloren. Räumst du die Teller nicht ab, hast du verloren. Warten zu viele Leute vor dem Laden, hast du verloren. Muss alles perfekt sein. Ich packe die Pute in den Ofen. Dann kommt die Pute raus. Dann zerschneiden wir die Pute und tun sie auf Teller. Dann bringe ich dem Typen den Teller, dann isst der und dann macht der Träger und muss sie sauber machen. Genau. Sauber machen. Ich muss die Knochen wegschmeißen in den Müll. Oh, jetzt habe ich den Ofen nicht zugemacht, da hat die Pute nicht gebraten. Schon mal richtig verkackt. Und wird immer schwerer. Jede Runde wird schwerer. Das geht bis Tag 15 und dann kannst du Bonusrunden spielen. Und da gehen wir immer auf. Wir haben bei diversen Sachen einen Weltrekord aufgestellt. Deswegen sind wir super cool. Hier kann man das Telefon drücken, dann kommen mehr. Du kriegst extra Geld, aber extra Stress. So. Brauchst du noch eine Pute oder wird das fertig sein? Ne, ne, ist fertig jetzt glaube ich. Wir müssen mehr drücken, Alter. Ja, ja. Aber jetzt nicht übermiedig werden. Ne, ne. Ne, ne. Drück X, Alter. X, sorry. Ist Enter bei mir. Und was haben wir hier so schönes? Triebos. Der muss leider gekauft werden. Echt? Ja, der leider muss gekauft werden. Hä? Ah nein, stimmt. Den müssen wir saven. Genau. Und dann nächste Runde auf noch einen hoffen. Nächste Runde auf noch einen hoffen. Geil. Okay, direkt rein. Oh, stopp. Wieder so wie kacke, wenn das da steht. Das ist zwar einfacher, aber es sieht doof aus. Okay. Ah, jetzt kommst du da noch ein. Bim, 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 bim. Die Muck ist auch immer geil. Boah, ich hab mir, äh, ich war im Disneyland und da hab ich mir im Star Wars so ein eigenes Sichtshread gebaut. Echt? Das war megageil, ja, ja. Da konntest du so entscheiden, was du als Griff haben möchtest, was du oben haben möchtest, so eine Farbe du haben möchtest und so. Das hat über Bock gemacht. Klingt geil ein bisschen. So, das Ding ist fertig. Puder auf den Teller. Nächste Puder weg. Puder rein. Gehen nach oben, Müll wegbringen. Müll kann man rausbringen, kann man aber auch nach vorne bringen. Kann man nicht? Oh, okay. Doch, war wahrscheinlich gut. War ultra gut, Alter. Wir werden so am Müll sterben einfach. Warst du schon wieder? Ja, ich glaube. Krank, okay. Ah, das neue Star Wars Game ist auch rausgekommen, hast du schon angespielt? Ja, heute, nö. Hab ich heute für dich entschieden. Um 22.46 Uhr dann. Ja. Und du hast dich dann um 23.15 Uhr erst dazu entschieden. Na gut. So. Größere Sauereien von gestern. Größere Sauereien von gestern. Mal hab ich uns nur die entspannten Sachen gegeben. Oh, Forschungstisch. Joink. Und da ist auch direkt ein Dings. Ein Förderband. Ich weiß nicht, ob... Ich kaufe mal den Forschungstisch. Ich bin da überlegen gerade. Ob wir das einfach kaufen. Weißt du, was ich meine? Das ist das Förderband, ja. Ja. Dann kauf, dann tu's. Können wir halt nicht wirklich benutzen. Können wir das anstatt eines Tresens hierhin tun. Ja. Sicher? No, das hasse ich irgendwie. Das sieht so unclean aus. Ja, aber es ist schon stark. Gut. Gut. Ready up. Beginn. Warum Pute? Hast du das schon mal ausprobiert? Ja, ausprobiert, aber wir sind nicht abgegangen. Oh, ist ein kopierter Streck geworden. Geil. Das ist stark für Early Game. Das war so stressig für mich, hä. Ich muss immer nur hierhin packen. Das ist geil. Aber das soll unglaubliche Verwahrungsprobleme haben, das Davos Game. Wo wir ein bisschen was dazu durchgelesen. Also das soll unglaublich stressig zu spielen sein. Das ist schlecht. Oh, die kleinen Wichser warten da draußen schon. Jetzt wird jede Runde stressiger, ne? Mit dem Scheißöl. Ach du Scheiße, ich kann mich nicht mehr bewegen, Bro. Rögt ihr das mal an? Hier ist Müll. Hier sind schon Fliegen. Warum eskaliert das immer so hardcore? Ich brauche jetzt schon zwei Mülls. Ich brauche jetzt jede zweite Runde einen neuen Tresen, um das hinzupacken. Ja, wir müssen dir den Müll einmal upgraden. Auf Geschwind müssen wir es tun. Kochstelle, Geschirr. Wollen wir Geschirr mehr nehmen? Erstmal einen Kopiertisch. Haufen. Und dann können wir damit jetzt was kopieren. Genau, und zwar... Erst upgraden und dann Dings. Wollen wir die Kochstelle schon machen oder Geschirr? Geschirr wird zum Autoplater, oder? Geschirr wird zum Autoplater, ist auch stark. Die Kochstelle kann halt so schnell... Da bringt das Kopieren nichts. Da bringt das Kopieren nichts. Ah doch, langfristig schon, ne? Können auch Kochstelle machen. Wie du magst. Ich würde eigentlich eh die Sachen, die wir jetzt bekommen, rollen. Weißt du, was ich meine? Also ich würde das jetzt kopieren. Ich würde das gar nicht abgeben, ich würde das nur kopieren, oder? Obwohl, den Autoplater können wir auch direkt mitnehmen eigentlich. Naja, genau. Na gut, hast recht. Aber Kochstelle, lass doch schon die Kochstelle direkt nehmen. Dann also doch nicht den Autoplater. Wir brauchen die Kochstelle halt noch lange nicht. Ja gut, den Autoplater auch nicht. Ja, Autoplater finde ich aber schon sehr geil. Ich finde den auch geil, muss ich sagen. Der braucht halt keinen Strom, ne? Naja, lass machen. Bäh, bäh, bäh. Danke dir. Achst du Scheiße. Hm? Na guck mal, die kommen jetzt hier in zwei Gruppen. Was nervt. Brooo, saut mir nicht in die Küche rein. Die wird dir so immer in die Küche rein sauen, weißt du das? Naja. Boah. Es regnet und es nacht, ne? So cool. Ja, ich weiß nicht, wie cool das ist. Warum noch ne Pute, nö. Ich weiß nicht, ob da noch einer kommt. Gut gespielt und auch super free, Alter. Du machst so Stress. Oh, wir schaffen es, wir sind es übertrieben geschafft. Das stimmt. Hoffentlich kommt bald ne Bildpresse, sonst ist GG mit Pute. Na. Preiswert. Was war das immer noch mal das Bessere? Das ist schon erwartet, dass auch kleinere Sauereien, Geduldsbonus, wenn Essen gebracht wird, Tische verursachen keine Sauereien. Gäste müssen so schnell wie möglich verdient werden. Das Preiswert immer gut. Ja, Preiswert ist besser, ja. Links gibt es halt mehr Geld, ne. Kürzere Ess- und Denkzeit ist doch gut, oder nicht? Preiswert ist doch das Fastfood-Ding, oder nicht, was wir immer haben, oder? Ist doch gut, wenn wir die schnell, äh, wenn wir die schnell fertig haben. Ja, ja, links, Preiswert ist doch immer gut. Fastfood-Restaurant. Zack. Oh, Deko-Drecksrunde. Ja, dann, was ist es geworden hier drin? Autotafel, ist es das? Ja, na, ist Autoplater. Dann lass doch direkt was noch in den Dings tun, dass wir einfach nur speichern und kopieren. Verstehst du? Wieso redest du nicht? Ich würde einfach den Autoplater nochmal kopieren, oder? Achso, ja, oder das, genau. Dann scheiß nur, oder wir können hier... Wollen wir Autoplater schon dazunehmen, hier? Der bringt ja nichts ohne einen Portionierer. Ne? Ne, wir müssen auch die Brute erst portionieren. Stimmt, lass rein. Wollen wir Neonleuchte schon mal kaufen? So diese Wanddinge einfach? Achso, oder wollen wir Geld sparen und erstmal scheiß auf alles am Anfang? Eine Neonleuchte mal kaufen. Eine einzige. Ja, bringt ja gar nichts. Wieso, nur was ab drei. Und das geht mal am Anfang. Das ist doch dumm hier. Okay, bereit? Äh, warte, ich gehe hoch. Ja, ja, ich gehe hoch zum Kopieren. Okay, let's go. Ja, das stimmt. Ich habe jetzt mal so die Türsteine gestellt, dass die nicht so weit in die... ...in die Küche reinsauen. Die kleinen Hunde. Der Song ist der Böseste. Wir haben jetzt zwei Teller mehr im System. Ja, das ist super. Oh, höre. Das ist aber weg. Der Müll ist, glaube ich, voll. Ich lege dir das hier mal hin. Müll wegbringen. Zack. Die zwei Teller haben schon viel chilliger gemacht. Ja, ja. Oh, oh. Oh, oh. Was schreist du so? Ja, weiß nicht, weil wir es verloren haben. Weit auch noch nicht. Ist das das einfachste Gericht? Ne, ich glaube, Salat ist noch einfacher. Ja. Oder? Oder? Ich bin sicher. Zwei, super. 94, fett. Sauereienbedeckt. Spritzzone. Sauereienbedeckt, größere Bereiche. Wir gehen ja voll auf Sauereien, ne? Wollen wir schauen. Behälter. Behälter? Müssen wir upgraden, ne? Ja, müssen wir upgraden. Schürr, Kochstelle, Tresen. Dann nimm nochmal... Aber lass mal auch rollen, oder? Ja, ja, können wir jetzt machen. Guck mal, wir nehmen die zwei Sachen hier raus. Wofür rollen wir? Wir rollen für Kabinette, ne? Für ein Kabinett müssen wir eigentlich mal rollen. Wir haben jetzt auch eins, zwei, drei, vier... Aber brauchen wir ja eine zweite Autotafel? Für später, für ganz später? Kriegen wir eh noch, sagst du? Kriegen wir noch, ja. Geschirr kriegen wir nochmal. Okay, dann rollen. Oder lieber nächste Runde, wenn wir nichts bekommen haben? Ups, ist schon passiert. Kaffeetisch, wollen wir mitnehmen? Speiseaufzug? Scheiße, wir brauchen mehr Kabinette, Bro. Ich platziere mal, ich kaufe den Kaffeetisch einfach mal. Scheiße, oh fuck it. Und den, das Transportband brauchen wir eigentlich nicht, ne? Was? Die sind echt scheiße, die normalen Transportbänder. Die machen gar nix. Die sind nicht smart, die können nicht wegziehen, Alter. Die sind echt... Ich nehm das. 20, Digga, bitte, ja. Ja, okay, hol's. Hol's. Oh, nix machen die eigentlich, aber ja. Gott, bereit. Willst du oben nachher umgehen, bitte? Ja, ich hab grad überlegt. Du hast dich grad gerettet, ne? Ja, ich hab ja noch nicht ready gedrückt. Ah, stopp, Behälter, ist doch, stopp. Fuck. Das wär doch ein Vierer-Ding gewesen. Was für ein Vierer-Ding? Ja, da war noch einer, der hätte mir direkt kaufen können, da passt ein Vier rein. Das ist nur ein Zweier-Müll, der andere ist ein Vierer, der bringt... Ja, die Runde überleben wir. Ja, okay. Nimm einen Teller mit. Ich glaub, es ist... Ich glaub, es ist ein großer... Unverkackt. Achso, ich hätt die Teller mitnehmen sollen. Ja, genau, wie gesagt. Ja, ja. Naja, ist ja nicht so, dass es nicht genug Zeit hat, da kurz die Teller holen zu gehen. Ja. Bro, drück mal, wir brauchen Geld. Aber warum regnet es hier jeden Tag? Ich brauch noch nicht unbedingt Geld. In der Stadt regnet es öfters. Das ist übel geil, das System mit den Tellern. Und die Förder werden dann hier. Achso, Scheiße. Was denn, was denn? Ich glaub, du schokst da. Ich hab halt... Ich hab gedacht, da kommt ein Zweierteam, aber das eine... Oh, Stuck! Ja, wir schaffen es. Die Runde fand ich was so komisch. Geschirr, Grissinis, Spülbecken. Oh. Was ist denn geworden hier? Ein beschissener, Alter. Fressbehälter? Oh, nee, ist richtig. Kaufen, kaufen. Ja, geil, direkt zwei. Ja, direkt zweimal kaufen, komm rein da. Aber langfristig brauchen wir davon noch mehr. Stopp. Oh, zu spät, zu spät ist das schon passiert. Letztes Mal haben zwei echt sehr lange geholfen, ne? Ja, ja, das stimmt. Sie sehen hier einfach gleich aus. Spülbecken. Ich würd gern das Transportplan upgraden. Ich würd gern anfangen, meine... meine Waschstraßen zu bilden. Doppeltpressbehälter. Ich denke, da überschätzt du deinen Müll. Ja, du hast recht. Mit einer kleinen Überschätzung findet das statt. Hast wohl recht. Oder wieder nicht durch. Wer tut das jetzt mal hin? Äh. Ja. Ist gut. Ich bin's dann wohl. Okay, let's go. Einmal Geschirr mitnehmen? Zum so, einfach so, einfach so kaufen? Einfach Geschirr kaufen. Mach, mach. Ich glaub, ist smart. Ich mach jetzt auch jetzt richtig viel chilliger. Ja, ja, ist es. Nicht vier Teller, sondern einfach acht. Bam. Eigentlich kannst du die kleinen direkt rauswerfen. Nein, 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 nein. Oh Mann, wir machen die Messi-Scheiße schon wieder. Wir sammeln die ganzen Scheiße. Was gräst du jetzt ab? Förderband. Okay, bereit? Ja, Förderband. Warte kurz. Let's go, let's go, let's go. Ups. Let's go. Kann das direkt in dem Smart-Förderband werden, oder wird das erstmal sowieso erst zum Greifer? Das kann zum Smart-Förderband. Wenn die zwei Förderband sind, finde ich echt smart. Boah, was machen die für eine Sauerei? Guck mal, das waren zwei Leute, die gegessen haben. Ja, wir haben doch jetzt Ultra-Sauereien hochgesteckt. Der Pressfeld, der ist so am Schuften, Alter. Wie viele Gerichte gibt's insgesamt? Gute Frage, ich weiß gar nicht, aber es gibt viele Gerichte. Wir haben auch noch gar nicht alle Gerichte. Wir haben noch nicht alle Gerichte freigeschaltet. Nee. Das kommt noch. Ich glaube, da kommen noch irgendwelche ganz abgefuckten Gerichte. Kommt noch. Die Presspläte macht schon mal so viel chilliger. Weißt du das? Ja, ja. Check ich. Wir müssen jetzt gar nicht wieder so einen Stress machen. Mach ich nicht, mach ich nicht. Gut. Ich meine, wir haben auch den Kaffeetisch jetzt da stehen. Der tankt ein bisschen. Scheiß dich mit Puten zu. Naja. Was ist es geworden? Ein Greifer. Naja, ist ein Greifer geworden. 103 Cash, gut. So, zack. Schauen, was haben wir? Spülbürste, Spülbecken. Könnte man auch mal neu rollen, oder? Ich würde gerne die Spülbürste kaufen. Okay, dann rollen wir nicht noch. Aber wir können einen Greifer rausnehmen. Einen Greifer können wir kaufen. Das ist das Kopierte, ne? Kaufen? Ja, kaufen. Oder? Ja, safe kaufen. Wofür? Für Pute? Nee, für dich lieber. Lass ja, wenn wir das... Also, ich brauche ihn jetzt noch nicht unbedingt. Boah, dann nehme ich ihn für Pute. Ja, nehme ihn für Pute. Geht das so? Glaube. Ich weiß es aber nicht genau. Greifen wir ja alles raus. Ja, ja, müsste funktionieren, müsste funktionieren. Können wir starten. Wenn es nicht geht, dann war ein Problem. Ein großes Problem. Okay, start. Muss klappen. Dann muss die Pute jetzt hier reingefangen kommen. Und ist drin. Ich darf nur nicht zu vier drücken. Oh, ist ein Smartgreifer geworden. Das ist doch schon mal wunderbar. Genial. Oh, die Büsse ist, ich glaube, mein Lieblings-Gadget in dem ganzen Game. Echt? Ja, die macht wirklich das Leben einfacher. Ich glaube, bei mir sind es die sicheren Kochstellen. Die Bürste carryt halt total das Abwaschen, ne? Das glaube ich dir. Wie oft kann man den drücken? Kann man öfters drücken inzwischen? Ja. Am Ende kannst du einfach durchdrücken. Auch wenn nur noch zwei kommen, kannst du auch noch viermal drücken. Ja, ich habe schon dreimal gedrückt, die Runde, Bro. Jetzt ist es vorbei. Na ja, gut. So free, Alter. Meine Gäste hier. Komm jetzt wieder. Ja? Wir gehen gleich schon wieder Overtime, ne? Ja, es geht schnell. Spieler gehen in der Nähe von Gästen langsam, ja. Ist okay, wir gehen nicht zu den Gästen. So, jetzt. Zack, Tresen. Das habe ich da. Spülbecken. Das ist hier schon richtig, ne? Ja, es ist die Frage, ob wir nicht doch mal das Ding wegrollen. Wir brauchen Kabinette, ne? Oh, was haben wir denn hier? Ja, bringt der ohne Kabinette absolut gar nichts, Bro. Wir können den nicht verbessern. Wir brauchen Kabinette. Wollen wir den Smartgreifer wegrollen oder wollen wir den Kaufen sicher, dass wir ihn wegrollen? Wir rollen den Smartgreifer weg. Oh Mann, oh. Ein Smartgreifer ist so stark am Anfang. Ja, haben wir doch gleich nächste Runde. Ah, oder wollen wir die Kabinette erst kopieren? Nein, das nicht, ne? Scheiße. Doch, ich würde sogar sagen, wir... Wollen wir dann beide Smartgreifer rausnehmen und Kabinette kopieren? Wir haben ja noch kein Kabinett. Ja, aber dafür gehen wir jetzt. Ich roll, ne, ich roll jetzt den Smartgreifer weg. Ne, wir kaufen... Wir kaufen zwei Smartgreifer, rollen bis zum Kabinett und kopieren Kabinette. Nein, das ist dumm, dann ist doch der Smartgreifer weg. Ja, dann machen wir neun. Jetzt ist gerade der Forschungstisch weg, wenn wir nicht genug Kabinette haben. Das ist nicht gut, was wir gerade machen. Der Forschungstisch ist... Ich kaufe jetzt den Smartgreifer, ich will ihn haben. Okay. So, und jetzt rollen wir den Rest bis zu Kabinetten. Ja, aber was ist, wenn ein Kabinett kommt? Dann kaufen wir nur eins? Dann kaufen wir erst mal eins und dann spielen wir erst mal weiter. Puh. Portionierer könnten wir halt auch einfach kaufen, ne? Ja, aber dann können wir jetzt nicht mehr neu rollen. Ne. Mach Portionierer. Warte mal, wir haben einen Autoplater, wir haben einen Smartgreifer und einen Portionierer. Ja, ich glaube, du kannst sogar schon fast automatisieren, ne? Ja, du könntest automatisieren schon, hä? Los. Geht nur noch nicht, weil du dein... Na? Weil du ja das Ding selber aufmachen musst, oder den Ofen, sonst verbrennt der ja. Das ist mir ja egal, trotzdem, ich kann sie ja schon da hinlegen. Ja, stimmt. Wo muss das auch mal liegen, immer? Die Pute muss hier liegen, dann ist das portioniert, ne? Die Pute muss da liegen, dann wird das drauf... Warte. Ja? Dann tun wir hier einen Autoplater hin. Und dann ist da jetzt immer der Scheiß schon drauf, ja? Ja, ich muss mal kurz... Ich weiß nicht, ob das smart ist. Mach das mal so, dass es geil aussieht. Ich muss kurz aufs Klo, okay? Bis gleich. Boah, was? Ich muss kurz aufs Klo, bis gleich. Bro, ich hab zwei Stunden auf dich gewartet. Nein, nein, ich hab zwei Stunden auf dich gewartet. Aber dann rennen, ich will hören, dass du rennst. Bro, ich hab immer noch einen gebrochenen Fuß. Boah, dann wird's hart. Dann mach anders Lärm. Schmeiß irgendwas rum. Schmeiß Wasserflaschen um. Oder Geschirr auf den Boden. Geh richtig laut auf Toilette, okay? Ich hab nichts gehört. Nichts gehört bei ihm. Er ist so leise auf Toilette gegangen. Er ist auf Toilette geschlichen. So füllt er sich doch automatisch die Dinger auf, oder? Hier tue ich die Pute hin. Hier wird die geschnittene Pute hingesaugt. Und hier sind dann die fertigen Putendinger drauf. Dann kann ich jetzt sogar noch den Smartgreifer dahinter packen, der sich nur fertige Pute nimmt. Schieb alles eins nach oben. Oh, das kannst du ja mit den Bändern weiterleiten, ne? Ist das nicht voll falsch, was du da baust? Ne, wir brauchen jetzt einmal eine Übungsrunde für Dings, dass wir die Dinger einstellen können. Aber der zieht doch da jetzt die Teller weg hier. Ne, deswegen will ich das ja einstellen, dass er nur befüllte Teller mitnimmt, oder nicht? Ja, aber der befüllt ja so nicht. Befüllt ja so nicht, wenn die automatisch gefüllt? Nein, nein. Du musst so machen. Und dann musst du hier nehmen. Hä, ist das Gleiche? Es ist... Okay, okay, ist das Gleiche. Ah, der schiebt die Teller da drauf? Nein. Ja, doch, der schiebt die Teller da drauf. Hä, Bro, wie viele Stunden haben wir das Spiel gespielt? 60? Ich bin da nicht so mehr sehr mit befasst. Der schiebt die Teller da drauf. Das heißt, wenn du das so hinmachst, dann zieht der da einfach nur die Teller runter, Bro. Das bringt gar nichts. Du musst das... Wenn, dann musst du es so machen. Aber da muss ja die Pute hin. Ne, die Pute kannst du ja drauflegen. Ah, ne. Ne, warte. Die Pute kann auch dann hier hin, oder? Ja, genau, da kannst du die Pute hinlegen, dann. Das ist der Weg. Du wolltest aber so ein schönes System bauen, dass die Leute da, dass das geschoben wird, ja, dass du ganz entspannt machen kannst. Verstehst du? Ja, check ich. Aber? Aber? Du musst immer die Teller von da nach da räumen, dann immer. Okay. Das tue ich. Und sonst musst du jetzt nur noch Pute machen und da drauflegen. Ja, und wir müssen nächste Runde auf jeden Fall... Okay, dann gehen wir mal wieder die Smartgreifer da schieben, da oben. Ich gehe die Smartgreifer da oben schieben. Bin ready. Bin für eine Smartgreiferschiebung ready. Guck mal, das fährt jetzt schon vollautomatisch da rein. Oh, ich habe auch den abgegradet. Das glaube ich dir nicht. Egal. Ne, das ist so doof. Jetzt haben wir einmal einen Eckgreifer. Wir abgraden gleich wieder, dass wir dann Smartgreifer kommen. Das kommt jetzt da rein, das wird automatisch geschnitten, portioniert. Du hast scheiße gelabert. Ah, jetzt geht es. Aber warum eben nicht? Ah, weil der sich eingestellt war. Okay, du hast nicht scheiße gelabert. Stell das mal richtig ein da. Ja, zack. Jetzt musst du aber gleich noch hier den... Es wird schneller mit der Bürste in der Hand, habe ich das Gefühl. Die macht dann einfach OP, die Bürste. Also dein Job ist ja jetzt endgültig chillig. Du bist fertig, ne? Du bist fertig. Ich bin fertig. Du bist fertig. Fertig einfach, vollautomatisiert. Hä, wie chillig. Die Pute wird automatisch vom Putengefrierfach in den Ofen gepaart. Da muss ich den nur zumachen. Dann lege ich die fertige Pute dahin. Der Portionierer schneidet die Pute automatisch. Und der Autoplater packt die geschnittene Pute auf den Teller. Ja. Wie geil ist das denn? Wie schnell. Das ging wirklich sehr schnell. Wir haben aber Glück gehabt, dass wir da den Portionierer bekommen haben. Ja. Nachdem haben wir teilweise echt lange gesucht nach dem Portionierer. Nein, ich wollte nochmal durchdrücken. Bade. Schlecht. Wir brauchen jetzt nur einen Greifer oder einen Smart-Greifer. Ja, wir sind fertig. Aber bist du zu wenig gedrückt. Krass. Wir kommen gut rein, Leute. 116, Blut. Wieso drückst du nicht X? Sorry. Ich habe mir gerade in der Nase gepuppelt. Oh, shit. Ach du Scheiße. Ja, wollen wir mal auf 3 kaufen einfach? Ja, auf 3 safe. Was ist denn gut? Die Sachen hier in der Wand. Die Pflanze, ist die gut? Werbefoto ist super zum Beispiel. Kostet nur 30. Und gibt 1. Nee, leuchtet auch gut, ne? Nee, leuchtet auch gut. Alles, was du an die Wand stellen kannst, ist super duper. Und sonst haben wir keins mehr. Dann müsstest du jetzt eine Deckenleuchte nehmen oder so einen Scheiß. Ja, nur eine kurzzeitige Deckenleuchte. Ja. Ist dann so. Wollen die irgendwo drüber stellen? Ja, tatsächlich. Guck mal, wir können die einfach oben drüber machen. Oh, fuck mich ab. Aber ja, nehmen wir ab. Ja, nee, das ist wirklich. Geh an deine Position. Ich kann die da nicht mehr wegkriegen jetzt. Nee, ne? Doch, doch. Ist egal, warte, ich muss kurz den ausschalten. Glaub ich den nicht. Die hängt da jetzt die Deckenleuchte, komm. Die hängt da jetzt halt. Komm, lass die Deckenleuchte, Deckenleuchte sein. Oh, fuck. Okay, geh nach oben, geh nach oben. Du wolltest die kurzzeitige Deckenleuchte haben. Kurzzeitig. Ah nein, shop nicht beginnen. Wir haben noch den Eckreifer, den wir kaufen können. Ah ja, kaufen. Damit können wir, stopp, die Teller rüber erreichen. Die gewaschenen. Aber dann musst du noch weiter deine Spielerinnen tun. Das gefällt mir nicht. Ja, nee, nee, das ist doof. Nee, nee, lassen wir das erstmal so. Und wir machen mal, wir machen mal, dass das Ding nicht bis ganz nach unten fährt. Weil ich hab eh immer welche. Weißt du, was ich meine? Das macht gar keinen Sinn, dass ich immer so weit nach unten laufen muss. You know? Okay, verstehe. Sprinte nach oben. Let's go. Upgrade ich nochmal. Du bist auch wieder da in Clash of Clans, ne? Ja, ja. Ich war, ich war eigentlich nie weg. Ich war also, ich hab halt nur während dem Urlaub, hab ich ein bisschen wenig, ähm, hab ich halt so Sachen abgeschaltet, wie ein paar Fallen und so. Weißt du, ich meine halt den billigen Scheiß. Ja, mach ich auch immer billiger Scheiß mal da gut. Oh, oh. Ich hab mir die Spüle nicht, die Brüste nicht geholt. Alarm. Äh, aber meine Queen ist maxed. Die ist 75, glaub ich. Krank. Das heißt, jetzt mach ich den, äh, Barbarenkönig hoch als nächstes, glaub ich. Weil die Gladiatorin ist wieder so derbe teuer, die nervt irgendwie. Ich liebe sie dafür. Dass sie so teuer ist. Ey, die ist Level 3, kostet 100.000 oder irgendwie so. Ja, 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 ich weiß. Lieb ich, dafür lieb ich sie. Weil ich immer gucke, wie krieg ich möglichst schnell dunkles Elixier weg. Wir waren nie weg, wir sind direkt wieder so online. Oh, jetzt. Das ist aber schwer, ne? Nö. Na doch. Ja, 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 ja. Nein, das so, das zack. Das ist geil, Digga. Kann man noch mal drücken, kann man noch mal drücken? Nö, nö. Das ist fertig. Aber ich hab, glaub ich. Oder du hast ja auch gedrückt. Das mal anbrennen? Oh, schade. Nein, das ist doch scheiße. Dann brennt alles ab. Ist doch egal am Ende der Runde. Ist ja nicht weg. Übel chilliges Game. Ich feier auch sowas unnormal. Ja, wenn man so ein Game mag, ist das geil. So. Aber jetzt müssen wir mal rollen. Wir rollen jetzt mal ein Smartgreifer weg hier. Echt jetzt? Ja. Wir haben doch jetzt schon hier Greifer. Ja, wir müssen, wir müssen. Wir brauchen Kabinette. Wir müssen noch Kochsteller upgraden. Ja, ja. Nochmal einfach. Nochmal, direkt nochmal. Ja, das ist... Eigentlich würde ich sogar gerne kopieren. Kopieren, hab ich gesagt. Was machen wir dann? Dann kaufen wir jetzt den einen, das einen Smartgreifer. Dann haben wir keinen Smartgreifer dann mehr. Ja, dann ist es so. Wir müssen das kopieren. Es bleibt eigentlich nichts anderes übrig. Ich glaube, sobald wir vier Kabinette haben, sind wir eigentlich erstmal Gucci. Ja, ne? Dann kauf ihn auch. Ich kauf auch den Smartgreifer hier unten. Zack. Ich überlege gerade, ob ich schon irgendwas chillig machen kann. Kannst du... Können wir das so umbauen, dass... Soll ich dir eine Matte geben? Ich brauche eigentlich nur... Ich brauche eigentlich nur... Dass die Sachen... Hier drauf kommen. Weißt du, was ich meine? Guck mal. Hier. Und dann nehme ich sie davon einfach runter. Dann nehme ich immer von hier runter, dahin. Von hier runter, dahin. Und dann kannst du ja vielleicht... Aber mehr Putes decken. Weißt du, was ich meine? Ah, okay. Weißt du, du kannst einfach... Du kannst einfach ein paar Puten hier so... Auf so dieses... Auf diese Bänder hier legen. Ja, auf diese Billigbänder, ne? Auf die Billigbänder kannst du die Puten legen. Und dann fahren die da immer drauf. Obwohl, ne. Die dürfen nicht... So. Was? Na, darf so muss sein. Also das Band... Also das darf das nicht drauf fahren. Und jetzt kann ich nämlich auch schon... Eigentlich... Ja. Ich überlege gerade. Wir könnten jetzt schon mal... ...einen Smartgreifer benutzen, um das... ...dreckige Geschirr von einem zum anderen zu bringen. Und dann könnten wir das dreckige Geschirr... ...sogar vielleicht schon... Ja. Können wir alles nach unten räumen, ein bisschen? Oder ist das zu stressig? Ne. Oder warte mal. Ja, jetzt fehlt hier aber was, oder nicht? Ach, hier können wir doch schon einen... Ja, genau. ...Greifer, normaler Greifer hin tun. Oder auch einen Smartgreifer. Ja, dann lass das einfach so bauen. Ne, ne, hier ist noch einer noch. Alles gut. Ja, ja, ich weiß, aber... ...wir müssten alles nach unten verschieben. Und dann ist wieder kacke. Willst du alles nach unten? Können wir machen. Wir können alles nach unten verschieben, ja? So einmal das nach unten verschieben, hier einfällt. Wenn das für dich geiler ist, kannst du schneller waschen. Ja, eigentlich wär's geiler. Eigentlich wär's geiler, wenn ich... Wenn ich die Waschstra... Wenn ich... Guck mal, kriegen wir es hin, dass... ...das hier hier ist schon? Vielleicht müsst du sogar zwei nach unten verschieben. Zwei, wie du magst. Was du willst. Lass mal hier dreckige Teller einstellen. Und dann hier einfach... Oh. Ja, doch, so müsste er nicht passen. Und dann mach ich, äh... Wieso gibt's mir jetzt hier so einen Scheißgreifer rein? Das verstehe ich nicht. Sorry, sorry. War mein Fehler. Okay. Verschieb's einfach alles zwei nach unten. Das ist doch nicht mal kompliziert. Das müssen wir nicht mal neu denken. Dann machen wir einfach alles zwei nach unten. Boah, das nervt mich doch ein bisschen. Jetzt ist doch schlecht ein bisschen gemacht von mir. Wieso? Dann haben wir jetzt glaube ich drei nach unten verschieben müssen. Und dann ist es wieder Kacke. Weil ich würde gerne hier direkt einfach nur waschen und rein tun. Ja, dann müssen wir noch einmal nach unten verschieben. Dann müssen wir noch einen nach unten gehen, ne? Ich mein, die Pude wird da sein. Das liefern wird auch nicht das Problem sein. Das ist so eine fucking Küchenmatte. Das Problem wird nur sein, das waschen. So, dann müsste so eigentlich passen. Äh, ja, ich könnte das hier auch noch alles ein- und so machen. Das heißt, das muss ich einführen. Wir müssen aber jetzt einmal kurz in... Äh... Warum müssen wir das? Äh, damit ich dreckige Teller einstelle. Oder wir machen es einfach im Game. Das geht eigentlich auch. Mach's im Game. Eigentlich soll's gehen. Okay, dann gehe ich jetzt da oben kopieren. Let's go. Passt alles? Let's go. Ja, du musst so dreckige Teller einstellen. Oh, der öffnet sich auch am Anfang mal. Ich weiss ja nicht auf. Ah, wir haben einmal einen Denkfehler. Ja, der zieht das jetzt direkt weg, ne? Nein. Oder? Sondern, sag ihn mir. Guck mal, der zieht das jetzt erstmal direkt weg. Das nervt. Wir brauchen mehr Puffer. Das hatten wir schon mal damals, ganz am Anfang. Weil sonst, wenn die Pute nicht da ist, bebringt es sich, dass ich mehr Pute hinmache. Weißt du? Jetzt hast du keine Pute auf Spare. Ja, und ich muss jetzt erstmal hier einstellen. Das ist schon ein bisschen stressig jetzt, mit dem Spiel zu machen. Tatsächlich. Und jetzt ist hier die Pute drin. Jetzt muss ich mir noch den... Ich glaube, danach soll es passen. Ja, ich glaube, jetzt habe ich es geschafft. Jetzt muss ich einfach nur noch hier stehen waschen. Zack. Ja, wir sind auf Tag 12 und das sieht schon so geil aus. Zack. Dass wir hier schon drei Puten auf Reserve haben. Zack. Ah, ja, die dreckige, die kaputte Pute muss weg. Ja, ja, die dreckige Pute kann uns auseinandernehmen. Und da kann es so sein, dass du einen Zweiertisch beliefern musst. Und da ist aber nur noch ein Stück Pute auf der Pute. Ah, ja, tschek' ich. Und dann muss ich die erst wegtun. Und dann wird's Krise. Ja, wir brauchen mehr Smartgreife einfach. Ja. Sehr chillig. Nichtsdestotrotz haben wir schon sehr, sehr gut gerockt bis jetzt, also. Ja. Eins, zwei. Du hast unendlich Puten, du kannst auch Gas geben. Du wäschst wie ein Weltmeister schnell. Oh, du bist nicht weg damit. Zack. Zwei. 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 Zack. Zuck. Das reicht, wenn ich den Ofen aufmache, ne? Ja, ja. Reicht das am Pute, ich brauch nicht mehr, ne? Ja, ja, safe. Holy shit, du hast doch noch sieben Pute auf petto. Hier, geh. Sauber, 155 Flocken. Geduld der Gäste wird ausgenäht, ja. Besser als ein fucking Maiskoll in der Zukunft. Was ist das hier? Abtropfbrett, brauchst du das langsam? Tablett? Forschungstisch. Ja, ja, wir können den Forschungstisch jetzt upgraden. Das machen wir. Wir haben jetzt auch genug. Den kaufst du jetzt? Ja. Klar, das kauf ich. Genau, und jetzt... Guck mal, jetzt können wir den Kopierer hier tun. Jetzt können wir immer noch das blaue Pause Kabinett kopieren, aber das auch upgraden und kopieren. Ja, ja. Perfekt. Ja, jetzt sind wir doch da. Moin. Abtropfbrett. Ich bin überlegen... Ne, brauch ich eigentlich nicht. Das war das Spürbecken. Ne, wo denn da? Hast du dieses Spürbecken mehr rein? Ne, ne? Das ist genau so. Ich weiß nicht, ob das Spürbecken besser ist als das andere. Aber ist egal. Ich kopiere und upgrade zweimal. Let's go. Wir können direkt rein, ne? Direkt rein, ich bin bereit. Hätte ich nicht gedacht, dass wir noch so online sind. Ja, ja. Das verlernt man nicht. Ist wie Fahrradfahren. Ist sogar der richtige direkt geworden. Echt jetzt? Ja, ja. Der Rabatttisch oder was? Ne, ach so. Hä? Ja. Rabatttisch, ist das gut? Ich hätte lieber so einen Rotator. Ja, den Rotator. Bitte. Boah, wir müssen halt auch wieder einen Teleporter kaufen ohne Ende, ne? Das dürfen wir auf gar keinsten vergessen. Hä? Lass dir Teleporter brauchen ohne Ende. Ja, ja. Ich brauch nur noch zwei Smartgreifer und ich muss gar nichts mehr machen. Ja, das ist krass. Ähm, 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 ähm. Scheiße! Was denn, was ist los? Nimm mal das Ding da weg, schnell! Wohin denn dann? Lass einfach kurz die Hand nehmen, zack, jetzt gibst du mir wieder, achso, da ist auch ein Ich hab's nur leid mal getan einfach. Kennst du das Problem? Naja, jeden Tag, Alter. In der Küche und dann liegen da auf einmal sieben Puten. Ich hab gar keine Ahnung, was passiert ist. Was soll das denn? Ich hab gar keine Ahnung, was passiert ist. Ich schreib dir jeden Tag, ob er Discord kommt oder mit mir zockt. Ob er bei der Karte dabei ist. Er sagt immer ja und spielt dann seit 11 Uhr morgens Valorant bis 4 Uhr nachts und sagt immer, er kommt nach der Runde, verliert die Runde und spielt dann noch eine. Das find ich so krass, der ist echt süchtig, der ist echt ein bisschen süchtig nach dem Game, ne? Ganz, ganz süchtig. Und dann steht er aufs Spiel noch weiter. Das versteh ich nicht. Wir kriegen jetzt halt jede Runde ein geiles Ding zum Speichern dazu, ne? Ja, ja. Direkt kaufen und da tun wir jetzt den Dinger hier rein. Tun ihn doch direkt hier rein. Tun ihn direkt da in die Mitte, genau. So, zack. Boom. Hier ist noch ein Kaffeetisch, brauchen wir den? Ja, der wird gekauft einfach. Der wird einfach gekauft. Ist in jedem Kabinett was drin, ja. Mhm. Oh, äh, in dem anderen können wir noch was rausnehmen, potenziell. Ah, ja. Mhm. Das ist der Rabatttisch, ne? Mhm. Ne, oder? Ist es? Was steht denn dran? Ja. Rabatttisch. Ich würd den einmal kaufen, tatsächlich. Und den anderen, was machen wir damit? Welchen anderen? Also das ist ja, das ist ja eine Kopie. Oh. Werd ich dringelassen und upgraden nochmal. Ah, geht das? Kann man? Ja, ja, ja. Ah, das ist Trever. Okay, geil. Und den würde ich jetzt hier hinstellen und damit machen wir jetzt auch direkt den Greifer günstiger. Wow. Ah, ne, warte mal. Wir können direkt so machen. Dann geh ich hier hin, hier hin, aber ich glaub, ich werd dann erstmal bedienen müssen, ne? Nachdem du eins der Puten gemacht hast. Ja, ja, easy, easy, easy. Weil du hast ja eben mehr als genug Zeit, ja. Okay. Ja, let's go. Zumachen. Stimmt, es kommt gar keine Smartgreife mehr die Runde. Ah, es ist halt der, der Hurensohn geworden. Und was ist es? Ja, es ist wieder nochmal ein Kopierer, ja, bringt nichts. Egal. Bereite ein paar Puten vor. Den Rest erledige ich. Boah. Ich sag's dir, es ist ein, ein Smartgreifer für sauberes Geschirr wär schon doch sehr, sehr geil gleich. Ich glaub, das wahnsinnig ist, dass wir keinen fertigen Putenteller-Speicher haben. Weil diese Pute, die jetzt da ist, hasse ich. Genau, aber die können wir doch vielleicht wegwerfen mit nem Smartgreifer. Das ist richtig. Und dann ist ja alles, ja alles vorbei. Oder? Ja. Geht das vielleicht sogar mit nem normalen Greifer? Weil der ja nichts wegzieht, was im Prozess ist oder so, dachte ich. Nee, 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 glaub ich nicht. Dann ist mein Fehler gewesen. Aber ja, wir haben keinen fertigen Puten-Speicher. Ja. Ich dreh oben nochmal, du brauchst... Ja, ja, drehen die Runde, drehen die Runde. Nein, nee, zieh dir nochmal eine Pute ab. Warte. Nimm mal eine Pute in die Hand. Zack, gut, dann kann ich das weg tun. Da hast du vier Puten auf Spare. Den Ofen mach ich auf, kann da drin bleiben. Obwohl nämlich auch raus hier kommt, jetzt soll's. Eine Kontrolle vom Gesundheitsamt ist dichter, ja. Aber darum geht's hier nicht. Das ist echt krass, dass das keinen stört. Man ist nur langsamer durch... Ach, man kann das dreimal hier abkopieren direkt, krank. Ja, ja. Jetzt nimmt das doch mal schön Gestalt an. Gefällt mir. Gefällt mir. So, dreimal durchgedrückt. Auch frech. Ja, warum nicht, ne? Finde die so süß, wenn die da so chillen. Und einfach unsere ekelhafte Pute fressen. Die ist echt eklig. 33 Cash. Geht auch langsam los. 160 dazu. So langsam brauchen wir aber auch den ganzen Scheiß, ne? Naja, wir brauchen den ganzen Scheiß. Brauchen wir noch mehr Kabinette oder reichen vier mehr? Ja, brauchen wir kaufen. Fünf wären's dann ja, ne? Quasi. Ja. Das Ding ist... Hier können wir noch eins hinstellen. Da kommt man noch so ran, ne? Aber was wir hier tun, wird hier nicht kopiert. Abgraden und... Abgraden und günstiger wird's nur nicht kopiert. Ne, dann lass lieber kopieren. Ist auch stärker, oder? Mhm. Oder erst Spülbecken reicht auch... Ne, Spülbecken können wir auch hierhin packen. Spülbecken würde ich gerne aber auch kopieren, für die vollautomatische Waschstraße, ne? Was ist... Aber erst mal upgraden und günstiger machen, dann kopieren. Dann sparen wir doch sauviel Geld noch. Ja. Können wir theoretisch auch rollen. Wir könnten auch den einen Kopiertisch noch mal kaufen hier. Der kostet echt nicht viel. Der kostet nur 60, weil wir den einmal günstiger gemacht haben. Was bringt denn Kopiertisch noch einer? Ja. Wird's nicht so stressig mit der Aufteilung von dem Scheiß? Ja. Stimmt. Dann können wir den hier rechts hinstellen, dann können wir hier nochmal zwei Sachen machen. Ja, lass machen. Lass machen für 60. Ja, ja, lass machen. Und dann können wir nämlich das Ding, das Spülbecken hier reintun, dann wird das auch nochmal abgegradet, günstig gemacht und kopiert. Alter krank. Und dann müssen wir gleich noch... Was ist hier für ein Ding? Ist das schon fertig? Wollen wir den Greifer kaufen? Einen Greifer verfolgen wir mit, oder? Ja, ja. Ja, nehmen wir mit. Kostet nur 30. Let's go. Ah, es wird schon wieder so eine Messi-Bude dahinten. Ja, ne? Naja, scheiße. Das fuckt mich ab. Hilfe. Aber wir haben noch viele Räume. Noch können wir schnell sortieren. Kriegen wir hin. Ja, ich bin ready, ne? Du willst wieder oben anfangen? Ich würde oben anfangen kurz, ja. Ich habe am Anfang eh gar nichts zu tun. Let's go. Ja, hab schon. So, zack zu. Die erste Probe brauchst du langsam. Geh hin. Eip, eip. Eip, eip. Faktorio bekommt ein Update. Weiß ich. Ja, wollte ich nur gesagt haben. Was krass ist. Ich will mir ganz dolle zocken. Mir wurde ein Video vorgeschlagen, die Top 8. Zweifel Games? Ne, ne, hier. Factory Games 2023. Ja, hab ich mir auch angeschaut, hab ich mir auch angeschaut. Scheiße. Scheiße. Aber Satisfactory wird leider ein bisschen delayed. Ja. Das nervt. Oh fuck. Oh, die wird fast abgefahren. Krass. Mach mal leer das Ding. Sauber. Da würde doch ein Smartgreifer Ultra Spaß machen, oder? Ja, ja. Da würde der Ultra Spaß machen. Da werden wir ja keinen. Auch eine schnellere Spüle würde hier doch Spaß machen. Oder so eine Vierrad Spüle wäre auch krass, ne? Ja. Ich kann auch für die sauber machen. Ja. Ja. Oh, ne. Du musst erst mal dich eigentlich hier um die Pute kümmern hier unten. Habe ich es selber gemacht. Sehr gut. So, auch einfach. Da ist direkt Mülleimer und die war da. Oh, ist schon Overtime jetzt, ne? Krank. Also jetzt Tag 15. Leute, eigentlich ist das Ziel in dem Game nur 15 Tage zu schaffen. Das haben wir gemacht. Unglaublich einfach. Also der war wirklich so geisteskrank clean. Der runter nicht hier hin. Ja, ja. Das Ding ist, eigentlich müssten wir auch mal auf Beilagen spielen irgendwie, weil... Ja, ne? Eigentlich wäre es auch mal geil auf Beilagen zu spielen. Der ist leider angefangen, kommt. Ich weiß gar nicht, wie wir das am Anfang mal nicht geschafft haben. Holy shit. Ja, wir hatten halt teilweise die extremen Scheißkarten, ne? Also die übertriebene Scheißkarten. Ladenbieder ist eigentlich scheißegal, weil... oder? Halte beim Kaufen eine neue Blaupause, das verstehe ich nicht. Finde ich beides krass. Ich würde rechts mal nehmen. Ja. Das ist das gleiche quasi. So, jetzt können wir mal mit mir jetzt in Höhe ziehen. Was bringt das? Schaust du, das Verbrauchsgüter... Ja, bringt halt nicht viel. Neonleuchte kaufen. Ja, wir ziehen jetzt mal auf 6. Ja, wir ziehen einfach mal auf 6, ja. Wo ist die Neonleuchte? Hier. Gekauft. Werbefoto, zack, gekauft. Wir haben das Geld. Enjoy, enjoy, Max. Enjoy, enjoy. Finde ich gut. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Einmal ausgepackter. Und es ist... Bodenschmutzig-Schild. Leider... Das können wir aber nehmen. Das können wir zeitweise nehmen. Bringt 6 Sterne denn was? Ne, gar nichts. Schaust du, das Verbrauchsgüter für den Tisch wiederverwendet werden können? Bringt gar nichts, Alter. Okay, los. Los. Oh nein! Wir haben hier oben nichts gecheckt und nichts gekauft. Abbruch eigentlich. Das war scheiße. Wir haben hier einen... Wir haben... Das können wir... Das müssen wir... Speichern. Abbruch gespeichert, ne? Speichern noch zum HQ zurück, ne? Ist es. Enter. Ja, ich würde sagen, wir haben jetzt aber auch die 15 Tage durchgezockt. Achso, mache Pause und morgen weiter? Oder halt dann übermorgen. Ich fahre morgen früh nach Köln und flieg dann nach Malle und kann da nicht pennen. Ich werde erst Sonntag wieder schlafen können.